Oh mein Gott. Wie soll ich da rausbekommen? Euch, ich da rausbekommen? Mors Mordre. Mors Mordre. Ich habe keine Ahnung warum, aber was ich weiß ist, dass wir schnell hier weg müssen. Du hast recht. Wir sollten nach Hause reiten. Die Kälte hier wird oft langsam, oft langsam verdreht. Naja, ist ja egal. Jedenfalls hat sie dann so einen Zaubertrank gemacht. Und ein... Jedenfalls hat sie dann so einen Taubertrank. Entschuldigung. Ist schon gut, glaube ich. Ich hatte mich sowieso schon irgendwie mit den Gedanken abgefunden, dass wir nie sowas wie Freunde wären könnten. Oder da sagt sie, da komm mal, da komm mal. Los. Jetzt. Mal isst du's. Guck. Und darum sollten wir eines dieses Pferdesuchen. Und... Was? Endlich. So, wo jetzt hin? Ach, scheiße, das habe ich kacke gesagt. Warte mal. Was wäre, wenn... Verdammt, das ist der Besche... Was wäre, wenn... Verdammt, das ist der Besche... Warum sind diese Gehörner noch nicht hier, um ihre jämmerliche Freundin zu retten? Der Plan hätte schon längst aufgehen sollen. Das ist alles deine Schuld. Hat gesto... Äh... Endlich. Wir haben ja heute noch einiges vor. Nelly? Was soll jetzt? Mal sehen, wie es heute... Scheiße, wartet. Warte, wo ist der Text? Sie ist echt schön und so brav. Sie ist einfach nur wund... Scheiße. Sie ist echt schön und so... Fährt... Bewegt deinen Kopf doch nicht nach hinten? Sie ist echt schön und so brav. Sie ist einfach nur... Nelly! Wo genau wollen wir jetzt suchen? Hä? Aave? Lass uns noch mal dort hinten richtig süden... Sie müssen... Entschuldigung. Aber Lydia, wir... Entschuldigung. Naja, geh ab, deine Fußschule zu machen. I'm sorry. Nee, das fährt man dann irgendwann. Aber Lydia, wir müssen sie retten und der einzige Weg, das zu schaffen, sind die Pferde. Zeig mir bitte nicht, dass jetzt unsere beste Fre... Scheiße. Unsere beste... Das ist dir. Das nächste Mal nimm uns mit und zeig uns mal, wie die Stadt... Zeig uns mal, wie die Stadt... Hey Süße, ich hab mir so Sorgen gemacht. Scheiße. Ihr geht nirgendwo hin. Nicht bevor ich Aave habe. Oh Gott. Habt ihr auch Lydia entführt? Lass sie... Oh mein Gott. Aber woher soll ich wissen, wo die... Ich hasse mich. Aber so... So weh... Warte, was? Doch mal. Was ist schon denn real jetzt? Warte, das ist falsch. Was soll man denn jetzt nur tun? Ihr könnt gar nichts mehr tun. Du, Aave, wirst dem Meister helfen, um seine Kräfte zu versto... Fäh, 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 fäh. Warte ich zu... Hä? Mann! Jetzt hab ich dich endlich, Aave. Und diesmal wirst du mir nicht entkommen. Nein. Entschuldigung. Nein! Nein! Jetzt hab ich dich endlich, Aave. Und diesmal wirst du mir nicht entkommen. Jetzt... Jetzt... Okay. Ja! Ich kann mich nicht bewegen. Was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich denn jetzt so tun? Ich werde euch schon mal noch bekommen. Verdammt. Äh, was? Er war so schnell. Ach so, scheiße. Kann schon sein. Aber was ist, wenn wirklich eine neue Vision war? Hä? Neue Vision war? Wie zur Hölle soll ich hier wegkommen? Ich kann ja schlecht einfach schwimmen. Zumal ich hier nicht sonderlich... Zumal ich hier... Ja, Fiona... Nanananan... Ach Gott, es gibt... Ich hasse dieses Nanananana... Und wie wollt ihr das schaffen? Sie wird sicherlich nicht so dumm sein und hier in die Falle laufen. Oh, keine Sorge. Was zur Hölle mach ich gerade? Und wenn schon. Sie werden mich hier rauskriegen. Und ohne, dass sie ihnen auch nur... Ja, okay. Hä, das... Sie ist ein Geist. Haben wir es? Ich weiß noch nicht mal wie... Hilfe, 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 Hilfe. Sorry. Nun bist du hier. Deine Freunde suchen dich schon fast einer wo... Was? Entschuldigung. 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 Du wirst sie schon finden. Mit der Kraft, mit der... Mit der Nacho, wollte ich gerade sagen. Sorry. Ja. Hm. Hier waren sie also auch. Ich muss auf der richtigen... Scheiße. Ich bin am Baum vorbei. Nein. Ach, scheiße. Scheiße, wollte ich taste. Oh, okay. Und das ist sehr nebelig. 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 Ach, komm. Oh, ein Schmetterling. Oh, Gott. Warte. Keine Ahnung. Hä? Wie wäre es... Hä? Hä? Lies dir mal den Text durch und versteh den nicht. Ich habe ihn schon mit tausend mal durchgelesen. Wo soll ich dann? Und das Wasser fallen will ich auch nicht. So, Leo. 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 Endlich habe ich dich gefunden. Da müssen wir sie jetzt wohl beides ein paar suchen. Hä? Was habe ich da geschrieben? Endlich bin ich nicht mehr allein. Lalalalalala. Lalalalalala. Was? Es ist gut, wieder hier zu sein und nicht mehr in... Nein, jetzt bin ich hieran. Frau, ey. Du hast mich gefunden. Ups. Wow. Die magischen Fährte... Alter, komm. Scheiße, ich bin nicht das denn. Ähm. What? Achso, Entschuldigung. Ich... Du siehst echt süß aus. Wie hast du es geschafft? Ich... Stopp. Optimere Nature Sana. Oh, scheiße. Und ich... muss jetzt auch schnellstens weiter... Ich habe die Taste nicht gefunden. Zum Aufstehen. Gute Idee. Nur wir haben nicht einmal... Keine... Keine... Nicht... Gute Idee. Nur wir haben nicht einmal... Keine... Ach komm. Hier soll das Kristallpferd irgendwo sein. Laut dem magischen Fjordi. Kann es sein, dass wir zu schnell vorbei sind? Ganz ehrlich, ich... Ja, doch. Sieht irgendwie nicht so aus. Hier soll irgendwo das Kristallpferd irgendwo... Was? Scheiße. Ach, Millie. Ich war abends in den Stall und habe mich um die Pferde gekümmert. Plötzlich kam eine dunkle Gestalt und hat mich näher... Bäh... Niedergeschlagen. Naja, sie hat uns quasi gerettet. Als wir in einem... Als wir in einem... Oh Gott, ich kann nicht sprechen. Warte, warte. Ich brauche die Sprechdings. Ich bin gerade unfähig. Und wir haben mich deshalb nicht mehr retten müssen und auch sonst keinen weiteren Grund haben. Und ich auch... Es auch. Oh Gott, ich kann auch nicht... Aber das... Mia... 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 Wenn ich sie jetzt nicht bekämpfe. Nelly! Nelly! Was ist das? Was ist falsch mit Nelly, Alter? Oh Gott! Oh Gott! Oh diese... Oh Gott! Das war so... Wie ihr wünscht, Meister. Nein! Rottegat... Nein! Gut so Eif. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass wir deine Freunde gehen lassen. Los! Sperre sie ein! Ich werde nicht riskieren, dass wir diese Gehirn sch... Bäh! Aber auf geht's pope! Was ist das? Wir sind frei! anas! Wir sind frei! Wir leben zu glauben! Wir leben zu glauben! Und wir sind um die Nacht! influ. Schraubenửon!